weiter geht's heute die pause fertig wenn es ein bisschen an der zeitumstellung was gemacht wir haben wir mit dem gott gesprochen vielleicht lässt jetzt mal ein bisschen länger den tag und die nacht die frische kuh so unfreundlich ein paar steinchen wir brauchen wir heute für den schmalz rufen wie viele steine hast du jetzt schon haust 57 ich guck gleich mal was ich an steinchen 21 ich habe auch ein steiner 21 da habe ich auch noch nicht wenn diese wild können wir ein bisschen was am vorrat holen so die du hast du da drüben deine hacken oder wie ja hier drüber ja hier dachte ich dass wir hier dann vielleicht dann können wir hier auch schon mal ein bisschen unter graben oder so dass wir dann später in die höhle reinkommen so gut wasser stein okay ich bin voll was ich habe so viel bullshit mit einer schmerz weg schweiß schallplatten hier runter ja da würde ich aufpassen ja ja der horst ist doch gar nicht bei uns ich bin der mann einem anderen stein noch da das geht ziemlich recht steil runter ja bei mir auch kaputt gemacht jetzt echt böse gab und ja gut gucken wir uns später an so was haben wir denn jetzt an stein schiens ach nehmen wir noch ein paar mit ein bisschen Platz das ist das ist das ist das ist so das ist das ist das ist ich steht mal wieder ein kleines steinchen in der luft jetzt haben wir irgendwie öfter ich habe jetzt steinchen noch 128 stück zurück achter ist alter doch schwere not soll ich vorher noch mal ein paar steinchen platz hier ja nicht mal ein paar steinchen vorher wo wollte es noch ding am besten hin die wandert jetzt hier mit dem ach so gehen wir mit dem ding aus der tischte ja so sieht eigentlich ganz gut aus am besten erst einer und dann der nächste rein packen was ist denn noch ein bisschen was reinpacken was ist denn drinne ja ich hätte noch 16 mal eisen ja dann schmeiß mal rüber zu mir oder so oder das war jetzt ja doch mal kommt dran im talent war ihr das ist ja diese stimmen drehen wollte jetzt erst mal noch hier schmeiß mal dahin hat noch jemand holz oder so ja ja stöckgasse habe ich also wir müssen holz draus machen achten muss verarbeitet sein ja schmeiß mal die hölzers rein ja ja kohle haben bald noch nicht davon leider das wäre natürlich optimal klasse wollen wir also da brauchst du also ein paar eisen dinge habe ich schon mal sehen wir mal grad gucken bergbänke das holz taucht dann sozusagen auf ja es ist da liegt dann so ein holz brett drin und dann einfache recht musste gedrückt halten ja hast du jetzt ja du musst die hölzer in der hand nehmen das war eben meine frage so eine hand nehmen schweinchen alles klar und dann würde ich sagen von den ersten an bosner sonst ja nichts machen ja würde ich auch sagen ja ambos 24 21 21 21 nur ich habe noch drei okay kann ich dir ein gibt mit der hand jetzt mal bitte gerade was in der hand aber da ich musste auf den schuh gucken ich gebe dir das okay er verschwindet ja erreicht erst mal hole und holz hole und holz haben wir denn hier schön klopf 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 hast du was zu essen dabei damit du zwischendurch wasser auftanken kannst ja ich hab noch ein paar äppel platz zitronen habe ich auch noch und denkt an diesmal kein so ein großes feld anlegen wie was für ein hey was für ein großes feld meinst du ähm acker warum warum klar weil du weißt wie wenig platz die sachen wegnehmen ja du weißt wie viel du frisst alter ist das dein ernst ja ja und dafür essig ich war ansatzweise so viel wie messen ist klar zicke da kommt nicht hoch aber kann das alles jetzt mal fertig sein ich aus langer weite hier habe ich schon die gras halbe weg ja siehst du hast wenigstens was zu tun unterwegs stehst halt nicht wie immer drauf darum machst nichts wir haben sich sogar wassermelonen zwischen versteckt ja später machen wir das dann noch schick hier mit runter laufend trollerer pipapo hörst du nicht opa wissen wir nicht wofür kupfer wir noch brauchen dann irgendwann aber egal erstmal mitnehmen mitnehmen ja ach ja diese komische ultimative licht gibt es ja auch noch ultimative licht ja drück bei elltaste du siehst einfach alles naja hilfe das ist aber hell äh geringfügig nur ein bisschen aber ich mach jetzt mal an ach ja da guck mal erst ohne ende aber keine kohle geht es hier noch nicht nur ein stück rein oder ist das schon entebanane hier oben nö hier ist entebanane aber ich würde sagen ich fange mal an hier so ein bisschen zu klopfen vielleicht finden wir ja was ist ja kacke dass hier vorbei ist na gut toll ich nehme erstmal kupfer mit ja Eisen wäre mir jetzt lieber gewesen aber gut wir können viele schon aus kupfer machen ja Eisen ist im Prinzip nur zum aufwerten der sachen ja aber wir brauchen noch einige sachen um dicks herzustellen und nicht die anderen werkzeuge brauchen noch Eisen äh nein die können wir auch kupfer benutzen für ok aber die halten halt nicht so lange die gehen dann kaputt ne ok achso und Eisen ist halt unzerstörbar ja gut äh nein Eisen hält noch ein stück länger so ich habe hier keine Lebensanzeige oder irgendwie was bei meinen Werkzeugen ne hast du auch nicht aber die gehen trotzdem kaputt nachher tja ok kann ich das vorher schon mal aus machen abbasteln soo womit mal zurückgeflitzt äh Eisen habt ihr jetzt nicht mehr ne ne leider war da nur Kuppa drin doch ich hab Eisen dann hau rein hier roten in der Höhle äh 22 oh loi zwei stück fehlen mehr zwei Eisendinger wow mhm ähm warte dann äh lol ich hab auch Eisen da kam auch Eisenerz mit raus cool ja nice oh da kann Frau schön den Rest noch hinpacken so und dann hab ich äh ich kann das schon mal anmachen das ist das jetzt aha 36 mal Kupfererz gut wir brauchen willst du mir Kupfer geben weil ich kann mich ja sowieso um den Schmelz ofen wo ist er denn da wo ist er denn da mit dein gib mir deine Hand ja lass so das kann ich dir so nicht reinpacken das so das Kies brauchst du nicht steinchen haben wir steinchen haben wir bitte schön danke hast du noch Holz oder so ne ne äh ne hab ich alles in den Ofen gepackt 32 holz für das Sägebank gedöhnt ähm ich geh mal noch da drüben da waren glaube ich ein paar bessere Bäumchen nein das gibt's nicht ich muss schon wieder was essen glaube ich in die falsche Richtung lauf wenn du da aus der Höhle rauskommst nach links was haben wir denn hier oh eine Melone perfekt super denk dann um Platz zu sparen kannst du die Melonen klein machen ne ja hab ich grad wow acht steck kriegt man nur raus mhm ja gut aber hab ich dann schon mal ach so aber du brauchst nur eine essen um wieder voll sein ja ich meine doch nicht so ne gut oh dann laufen wir doch weiter in die Richtung ok ach da kommen sie gut ah da ja da ist die Wasserstelle von vorn dieser Spawnpunkt ich uah Alter hab ich mich grad erschrocken puh so da wurde ja nur so reingehauen ja so klopf 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 also ein Baumöpett wäre echt mal praktisch ey das braucht nichtkeiten Gott Kumpahölzer da ist noch was ich muss wieder machen da ist noch ein Hölzli ey gib mir das Holz was ist das hier weg damit schade da hat er jetzt keine Dings gedroppt da ist noch eine Plone sehr schön da ist noch eine weg damit schade ach das ist doch jetzt doof hätte ich gerne mitgenommen die Setzlinge bei uns unten angepflanzt ich weiß nicht schmeißen wir das mal ein ab ab ich uns ich ne ich es das ich fest ja keine setzlinge was so ein stück holz runter brokkoli das war gesundes, ne? ah, fichtensetzlinge sehr schön zwar nur einer, aber passt ja schon mal so, dann schmeißen wir mal äh, setzlinge hab ich auch ein paar ein Birke ja irgendeinen setzlinge hab ich auch hier hoch, bisschen Kohle finden, aber sieht auch nicht danach aus dann gehen wir mal weiter runter gucken da haben wir, äh, was haben wir hier? Opfer? Eisenerz einmal ah, schade oder Schatten gut weiter gucken ach du grüner neun äh, da geht's runter da können wir also nicht hin jetzt keine Kohle was ein Schwachsinn warte mal, hier geht's noch da Kohle? ja ich hab ein bisschen Kohle gefunden nice vielleicht doch ein bisschen mehr mal gucken wer von vorteil äh, äh, hier ist es ein wenig mehr okay aber ich sag mir hier grad ein paar Sachen zum anpflanzen später ja ne karotten kopfsalat ja 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 so das muss auch noch was sein da war nur drei dran, alle klar ja dann dürfte da auch noch was so, lang kannst du noch mehr Eisenerz rein machen jetzt da war noch was und dann dürfte auch noch was sein da immer Kohle versonnen da durfte ne, da war leider nix mehr hier geht's doch noch weiter rund ach, du grüne neiner hier hat sich ein dicker Wurm durchgefressen oh, ich hab Kohle gefunden mitnehmen so, so, so oh da haben wir noch Platz Setzling, beide kann wegschmeißen, brauchen wir auch mal nicht Setzling Brokkoli ach, warum hat's jetzt schnell so ach eck oder auch nicht ich stehe auf Blumenkohl oh, ich hab Eisenerz gefunden ja, seid ihr schon eingeschlafen, oder? nein, ich muss mit Newton in unserer Zeit ja, dann neb dem kleinen Schreibatz doch einfach mal was zu futtern ähh ähh nein, hat keinen Hunger koliken bei der tipp dir mal einen schluck selte damit sie mal ordentlich ein bäuerchen machen können ja, tritt mal Jungs, hatten wir nicht irgendwie ne Möglichkeit Lauf doch schon wieder Kupfer sein, ne nö, auch Eisenerz cool das war aber wenig wenn ich dranhack ok, boah erst mal leer geräumt so, da komm ich mal zurück eh, lass mich aus ähm da lang erst mal aus aber wir ziehen da in die Richtung was ist na Attacke ist geerntet hier Wasser haben wir hier ähm ach, da ist äh, da ist doch alle gut doch nicht verlaufen ach, da bist du auch schon wieder ja ähm äh jetzt äh erst ein setzling platzieren zack haben wir was habe ich denn an äh äh 20 20 ähm äh klicken hier oben drauf sooo ich fang schon mal an ein bisschen Leder zu machen äh, was liegt da oben drauf? wer hat da was hingeschmissen? ich hab das, weil mein Inventar voll ist achso mh, einfach auf den Tüche kackert du als Werkelchen oh, die Sägebank braucht 32 mal Holz gut, äh ähm stoffe 32 äh äh zacken ähm ähm zacken ähm allerdings genau aber schön ich eigentlich nicht platziert jetzt platziert musst du doch in handhaben das platzieren kannst aber wenn ich das doch da ansiege oh rost achtest du auch hier so drauf, weil da ist schon was hier schmolzen und was nicht ja ja da achte ich schon drauf, keine Sorge ja gut das wird verbrennt oder so deswegen dachte ich ein bisschen so, äh ach so quatsch, hier drüben hier hast du noch platz da? noch ein bisschen trinke verschiedene bla bretta bla kisten holz 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 eisen keule kannst du mal ne kiste machen oder so? wir brauchen ne kiste ja ich bin ja grad dabei schrei mich nicht so an von die leide stoffe kriegen wir dann noch was war das? das war die ziege kisten stro aber was schönere wo willst du denn was platziert haben? ich will hier was hin platzieren was hast du denn? du musst das erstmal in deinem Kommentar ok wir platzieren mal die kiste ich platzieren mal hier eine genau so liebe zuschauer ich danke euch fürs einschalten bei rising world wir haben schon wieder unser ziel erreicht wir haben heute einiges geschafft wir haben werkbank et cetera gebaut wir haben die ersten sachen ich danke euch auf jeden fall zu schauen und schaltet ihr demnächst wieder ein bei rising world ich sag hiermit chil